Die Faltdistortion. Bei der Faltdistortion handelt es sich um eine dreidimensionale Störung der Faszienebene. Eine Faltdistortion muss nicht zwingend durch ein starkes Trauma verursacht sein. Es gibt zwei Arten von Faltdistortionen. Erstens die Einfalt- oder Kompressionsdistortion und zweitens die Entfaltdistortion oder Traktionsdistortion. Verlauf der Faltdistortion. Eine Faltdistortion entsteht plötzlich und bleibt bis zur Entfaltung beziehungsweise Traktion oder Einfaltung beziehungsweise Kompression bestehen. Sie ist also permanent. Allgemeine Körpersprache der Faltdistortion. Ein Patient mit einer Faltdistortion hält das Gelenk mit der ganzen Hand. Manchmal knetet er das betroffene Gelenk, jedoch muss das Kneten nicht immer vorkommen. Manche Patienten mit einer Entfalt- oder Traktionsdistortion ziehen zusätzlich an der Extremität. Allgemeine Klinik der Faltdistortion. Ein Patient mit einer Faltdistortion klagt über Schmerzen tief im Gelenk. Er hat zwar Schmerzen tief im Gelenk, es kommt aber meist nicht zu nennenswerten Einschränkungen der Beweglichkeit. Die Bewegung an sich ist jedoch schmerzhaft. Eine Faltdistortion bleibt über eine lange Zeit unverändert. Der Patient spricht dann zum Beispiel von seinem schlechten Knie. Er empfindet das Gelenk als instabil. Eventuell kann eine Schwellung vorliegen. Die Körpersprache der Entfalt- oder Traktionsdistortion. Der Patient mit einer Entfalt- oder Traktionsdistortion zieht zusätzlich zum Kneten an der Extremität. Die Klinik der Entfalt- oder Traktionsdistortion. Patienten mit einer Entfalt- oder Traktionsdistortion geht es morgens besser als abends. Sie klagen über eine Schmerzzunahme durch Kompression. Untersuchung und Palpation der Entfaltdistortion. Endgeradige passive Bewegungen verursachen Schmerzen. Traktion wird bei der Entfaltdistortion als angenehm, Kompression als unangenehm empfunden. Die Palpation der Entfaltdistortion ist meist unauffällig. Körpersprache der Einfalt- oder Kompressionsdistortion. Patienten mit einer Einfaltdistortion streichen zusätzlich zum Kneten mit dem Zeige- oder Mittelfinger quer über das Gelenk. Sie versuchen das Gelenk unter Kompression zu bringen. Die Klinik der Einfalt- oder Kompressionsdistortion. Endgeradige passive Bewegungen provozieren Schmerzen. Kompression wird als angenehm, Traktion als unangenehm empfunden. Die Palpation ist meist unauffällig. Behandlung der Entfalt- oder Traktionsdistortion. Bei Entfaltdistortionen wird das Gelenk unter Traktion gebracht, bis sich die zerknitterte Faszie mit einem Plopp entfaltet. Anschließend lässt man die Faszie korrekt zurückfalten. Die Zugrichtung sollte dabei dem Trauma nachempfunden werden. Behandlung der Faltdistortionen bei intermuskulären Septen und Interossären Membranen. Bei Faltdistortionen intermuskulärer Septen und Membranen. Bei Faltdistortionen intermuskulärer Septen und wird das Septum bzw. die Membran oder Traktion gebracht, bis sich die Faltfaszie entfaltet und wieder korrekt falten kann. Es kommt zu einem lauten Plopp. Die Zugrichtung ist dabei tangential zur Extremität. Alternative Behandlungsansätze bei Faltdistortionen. Alternativ sind bei Entfalt- oder Faltdistortionen folgende Behandlungsansätze möglich. Inversionsgeräte, Traktion in Bauchlage auf dem Pizziball, Klettern, Bungee Jumping. Dagegen sind bei Einfalt- oder Kompressionstraumen folgende Behandlungsansätze sinnvoll. Reiten, Gewicht heben und Trampolinspringen. Ziel jeder Faltdistortionsbehandlung ist das Wiederherstellen der physiologischen Faltung einer Faltfaszie.